Ah Mein Haar ist Wie mein Haar ist jetzt? Doch, weil jetzt später hab ich gar keine Lust mehr drauf Hast du gefühlt dabei? Grüß, ja, mal einen schönen Morgen Ja, halt die Frise Da kommen die Beile auch nö Gibt's denn ein Problem? Nein Gut Da unten, das ist ein Bayer Oh nein Glasmusik Gibt's die Pärme die noch? Da Da Gibt's die Pärme? Gibt's die Pärme? Gibt's Gibt's Ja Das ist, das ist okay Das waren jetzt ein Schwimmbad Arschluss Perfekt Olaf, nimmst du die GoPro auch mittens Wasser? Wofür hab ich die wohl mitgeguckt? Wofür hab ich die wohl mitgeguckt? Wie war's so, Yoshi? Chillig Und nass Und nass Und nass Das klingt dann eine gute Idee Das klingt dann eine gute Idee Achtung, da war ein paar drei Ich muss da drin Wo gehen wir hin? In die Erstläge Oh Cool Ja Und Ich muss da raus Wir gucken Joschi, hat's geschmeckt? Ja Und dir? Ja Und mir? Ja So einen guten Löffel drauf, bitte nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel Abkühlen Aber das haben wir letztes Jahr natürlich wieder vergessen Das Das Jedes Jahr das ist das Lecker Darf ich das dokumentieren? Kochen, heißes Wasser drauf geben, anderthalb Minuten mit einem Schnee-Tee. Darf ich das dokumentieren? Gut. Wie viel dann pro Schüssel, Uli? Ei, äh, äh, alles. Und in die andere, alles. Ja, es gibt doch drei. Ja, drei Dinge, reicht's. Alles klar. Alle drei. Wie, gar nichts? Na, wir machen nur zwei Schüssel, müssen wir dann verteilen. Das ist doch weiß, das ist doch gar nicht grün. Ja. Das ist so blöd. Kalte Tee, warmte Tee. Herdbeer, Käse, Chips. Kommt, Kanztee. Wir nehmen uns nächste Mal hinterher. Das war eine Zeitlupe. Ist das lecker. Wow. Was haben wir hier? Eiskärne. Ja. Fünf gehäufte Teelöffel, 200 Milliliter Kalben oder Reisen. Fünf gehäufte Teelöffel. Ja. Dann haben wir jetzt einfach einen anderen Daumen. Wie mal Daumen? Wasser ist noch nicht fertig. So. Olaf, ich brauche einen Schneebesen. Ich brauche es mir auch, Doktor. Kipp rein das Ding. Uli, die Masse ist fast alt. Juhu, die Masse? Oh nein, dann kratzt es beieinander. Mann, in echt sieht das viel besser aus. Das ist natürlich auch super. Die Masse ist natürlich auch cool. Gut so giechig. Das war es. Hm. Die wird mit dir da hin fahren. Eine weitere Teuge wird das Film und Fotos machen. Wählen Sie dich bitte, um deinen Gutschein einzulösen an die Damen. Ich gib dem Vertrauen, ich darf mich da. Ich will auch Bonny rein. Glück gehabt, dass ich das nicht so gut bin. Habe ich hier etwas... Stopp, ich muss dann den Preis wissen, weil ich eins halten muss. Hinter diesem Mondschlag befindet sich etwas, was als nächstes versteigert wird. Einschichtsgebot, 10 Cent. 10 Cent? 20. Wie viel? 30 Cent sind geboten. 1 Euro. 1 Euro sind geboten. 1,10 sind geboten. 2,50 sind geboten. Jemals mehr wie 2,50. 2,51. 2,51. Arschloch. 2,72 sind geboten. 2,72 sind geboten. 2,80 sind geboten. 2,80 zum ersten. 2,90. 2,90 sind geboten. 2,90 sind geboten. 3,90, 3,30 sind geboten. 3,1. 3,2. 3,15. 3,15 sind geboten. 3,15 sind geboten. 3,20, 3,20 zum ersten. 3,50. 3,70. 3,71 sind geboten. Bietet jemand mehr? Meine Niere. 3,72 zum ersten. 3,72 zum zweiten. 3,73 zum dritten. Herzlichen Glückwunsch für eine Portion Pommes. 3,50. 3,50. Es gibt jetzt diese Kiste zu gewinnen. Zu gewinnen, zu ersteigern. 8,50 sind geboten. 4,50. 10,50. 11,50. 11,50. 11,50. 11,40. Damit kann man sich 4 Döner holen. Damit kann man sich 4 Döner holen. 11,50. Und den anderen auch. 15. 11,50. 15. Zum ersten. Zum zweiten. Ich bin 15. Zum dritten. Herzlichen Glückwunsch, Uli. Was ist das? Thermobecher. Hochwertiger Thermobecher aus Metall. Versteigert wird dieser weiße Umschlag, in dem sich ein Inhalt befindet mit der Nummer 32. 3,50 sind geboten. 3,50 sind geboten. 3,60. 3,60 sind geboten. 3,60. 3,60. 3,60. 3,60 zum ersten. 3,60 zum zweiten. 3,70. 3,70 von dem Hamburg-Fan. 23 zum dritten. Herzlichen Glückwunsch. Ein Gutschein. Was ist das? Wir sind zu zweitig. Was ist das? Eine Gondelbahn. Alter. Gutschein für eine Berg- und Talfahrt. Der Zollstock kleiner ist als der Fille. Das heißt, der ist genommen, der Zollstock. Wir können hier mit Dingen fessen, die zwei Meter sind. 19 Euro zum ersten. 19 Euro zum zweiten. 19 Euro zum dritten. nein. Ja. Es liebt uns. Es ist sonst Leute, es sieht uns. Die Anklopfen. Sie haben sich gewöhnt. Ich mach mal hart. Hallo. 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 Wir machen heute ein Interview mit dem. Perfekt. Stopp. Ist ja gut. Wo ist die Leiter hin? Draußen. Wo ist denn mein Handtuch? Sie sind Helden, weißt du das? Tschüss. Tschüss. Also, wir sind heute mit der A. Und die erste Frage, die ich dir stellen will, ist. Wie findest du es hier? Geil. Unkalt. Und was ist hier so dein Lieblingsessen? Äh, Pizza-Rollchen. So, nächster. Max hinsetzen. Jetzt geht doch mal raus. Habt ihr nichts besseres zu tun? Hi. Wer bist du? Perfekt. Hier in Österreich sagen wir... Unter... Unter anderem... Wie ist... Was ist dein Lieblingsessen hier? Bis jetzt? Ja. Also da die, ähm... Pizza-Brötchen. Was ist dein Lieblingsessen? Hi. Okay. Mixer. Du bist also der... Wien. Okay. Also worauf freust dich hier in Österreich am meisten? Auf den Kletterwald. Wieso? Wo man da klettern kann. Haben wir noch einen? Scheiße. Also wie fit ist hier das? Ähm... Ein Haus? Zu deutsch Scheiße. Wieso? In Österreich. Ach, soll man machen? Sicher, was wir keinem machen. Ach! Bist du ja sehr sicher, dass wir... Okay. Danke! Verpiss dich mit meinem Leben! Komm rein, komm rein, schmuss Wasser. Verpiss dich! Also... Wir müssen jetzt... Heiz mal! So, wir müssen jetzt ganz leise sein. Wir müssen jetzt ganz leise sein. Weil der nächste Gast, der hat etwas längere Haare. Und jetzt sind wir nicht fetter als wir. Sind wir dann soweit? Wo ist denn alle? Eine leichte Systemstörung. Hier sehen sie ein billendes Urlaub. Was... Sieht man das, dass hier überall Spinnenweben sind? Ja. Also ich... Ja, perfekt. Momentchen! Nein! Also man sieht, dass überall Spinnenweben sind. Und ich gebe dem Hotel dafür... Zwei von fünf Bratpfannen. Wie findest du es hier? Ja. Ich bin Sila. Toll! Gut, der nächste! Stell euch mal vor. Ja, ich bin Silas. Ich bin der Tom. Das ist Tom, das ist Silas. Und sie wohnen hier im Körbalsertal. Der nächste! Ihr kennt ihn ja schon. Er hat über 30 Kilo zugelassen. Seine letzte Aufnahme. Das war kein Witz. Er ist fett. Hallo! 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 Ich fühlst dich hinter mir, Sarah. Fett! Ah! Ah! Das sieht so gut aus. Nein, du stinkst voll! Ah! 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 Mach das Licht wieder an! Es stinkt! Schnell dich!